Hallo Leute zu diesem kurzen Infovideo und zwar wollte ich nur kurz mal sagen, dass ich hier zurzeit Probleme habe mit Gothic und zwar wenn ich das Spiel starte, dann passiert einfach nix hier ich zeig das mal ja wie ihr seht, seht ihr nix sozusagen, es passiert halt einfach nichts, es ist einfach ätzend ja ich weiß auch nicht was ich machen soll wenn ich dann nochmal drauf klicke dann passiert auch wie immer ewig nix keine Ahnung was da kaputt ist ich weiß um ehrlich zu sein nicht was ich machen soll ja und dann funkt halt Steam dazwischen, dass die Anwendung halt schon zweimal läuft wie gesagt ich hab halt hab das halt schon doppelt gestartet in dem Moment und jo ich kann auch, hab schon alle Kompatibilitätsmodis hab ich ausprobiert funktioniert alles nicht, ich hab keine Ahnung woran es liegt, es ging ja letztens noch ich hab ja schon eine Folge hochgeladen hatte dann aber leider keine Zeit um weiter aufzunehmen und ja ich wollte halt nur Bescheid geben, dass ihr Bescheid wisst, dass es mit Let's Play Gothic weitergeht, wenn ich das Spiel wieder zum Laufen gebracht hab und dass ihr euch nicht wundert, dass so lange keine Folgen kommen, ich krieg das Spiel zurzeit einfach nicht zum Laufen und jo dann hoffe ich, ihr könnt das entschuldigen und bis denn